Willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte jetzt mein Pferd leveln. Naja. Ich wollte eigentlich jetzt da was anderes machen, sagen. Also wegen Info. Es könnte sein, dass ich jetzt immer öfters jetzt mit Stimme aufnehme. Aber ich kann auch gerne ein Musikvideo draus machen. Ja, ich weiß jetzt gar nichts davon. Ich weiß ja gar nichts davon, was man machen soll. Also ja. So, ich suche jetzt Mitglieder. So, dann nehmen wir mal die. Mal gucken, ob die mal annehmen wird. Dann, ja. Die nehme ich glaube ich nicht an. Warte, warte mal kurz. So, jetzt habe ich noch einen neuen Freund. Ach, das sind ja meine Freunde. Jungs. Echt. Jungs wissen dann schon. Ähm, warte. Ja. Äh. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt gehen soll. Also, ich meinte jetzt. Ach, egal. Aber. Ihr wisst ja schon, was ich meine. Na, also. Äh. Ich. Naja. Ich suche paar Mitglieder. Ähm. Naja. Unser Club heißt Pink Girls Club. Äh. Ich hoffe. Ich wollte den eigentlich Blue Girls Pink. Ähm. Blue Girls Club nennen. Aber. Ne. Das ist zu jung. Blau ist eigentlich mein Lieblingsfarbe. Aber Pink. Ähm. Wollte ich einfach nehmen, weil das zu Mädchen passt. Äh. Ja. Ich komme. Nö. Geht nicht. Ähm. Dann nehme ich mal Lea. Pink Rock. Scheiße. Ich hab ihn auch zu weh. So. Ähm. Jamie? Kenn ich Jamie? Jamie, Jamie? Kenn ich nicht. Ah, Jamie kenn ich nicht. Ah, Jamie kenn ich nicht. Ah, Jamie kenn ich nicht. Ah, ja. Hm. Wow. So. Ich kann ja nach oben. Papa. Jo. Das ist ja alles, was ich jetzt brauche. Und ja. Da würde ich mich jetzt verabschieden. Goodbye. Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. We können uns im nächsten Video.